Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute zu meinem Video begrüßen, in dem es wieder mal um Schuhe geht. Ja, die hier, die hier. Ihr habt mich die ganze Zeit schon gefragt, wo es die Schuhe zu kaufen gibt. Es sind Original-Upboots, die gibt es entweder jetzt im Sommer, bitte jetzt im Sommer kaufen, im Schlussverkauf, im Amazon Sale, Amazon, Amazon, Amazon Sale oder auch im Yawari Sale. Die hier habe ich schon zwei Jahre, das sind die Bailey Button in Grau, man sieht es etwas, aber auch nach zwei Jahren, finde ich, sehen die noch sehr, sehr gut aus. Auf Amazon und auf Yawari könnt ihr euch ganz sicher sein, dass ihr auch wirklich Original-Upboots bekommt. Und ich habe die auch noch in Schwarz in Classic Tall und in Schwarz Bailey Button. Es gibt die jetzt in 36 bis 42 noch im Yawari Shop. In Sand, in Braun, Chocolate und Schwarz. Aber ihr müsst schnell sein. Diese Schuhe sind so schnell ausverkauft, das wissen viele nicht. Yawari ist ein Tochterunternehmen von Amazon und deswegen könnt ihr auch da beruhigt einkaufen. Auch die verkaufen nur 1A Originalware und keine Fakes. Also ich habe alle meine Schuhe über Amazon bzw. Yawari gekauft. Ich verlinke euch das unten in der Infobox, damit ihr direkt in den Yawari Shop oder in den Amazon Shop reinkommt. Klickt euch einfach drauf, da seid ihr auf jeden Fall richtig. Wenn ihr Yawari zum ersten Mal benutzt, ihr kommt in den Yawari Online Shop rein mit euren Kundendaten aus dem Amazon Shop. Also ihr könnt die gleichen Daten benutzen und könnt euch dann da auf Amazon oder Yawari eben einloggen, weil das gehört also unwiederbringlich zusammen. Lasst euch von meinem Handy nicht nerven, das geht den ganzen Tag schon so. Okay und ja, das wollte ich heute eigentlich nochmal loswerden, weil viele kommen auf meinen Blogs mit den, auf meinen Blogs, ey die Hitze macht einen echt wahnsinnig. Die Leute kommen auf meinen Blog, wollte ich sagen, mit den Suchbegriffen, wo kann man Ackboots billig kaufen, billige Acks, reduzierte Acks. Ich sag's euch hier unten in der Infobox, gucken und klicken, da kommt ihr hin. Ich glaube Yawari hat nicht die Massen an Schuhen vorrätig, deswegen jetzt bitte schnell sein und eure Schuhe einkaufen. So günstig wie im Juli und im August kommt ihr nicht mehr zu euren Ackboots vor dem Winter, Punkt. Dem habe ich heute nichts mehr hinzuzufügen und das soll auch nur ein ganz kurzes Video heute werden. Ich schwitze wie eine Verrückte, ich hoffe euch geht's nicht so und ihr sitzt im klimatisierten Büro oder im klimatisierten Wohnzimmer und obwohl ich dreifach Verglasung habe, trotzdem ist es ziemlich warm heute hier drin und ich hoffe, dass es endlich mal regnet und man kann mal gescheit schlafen. Auf jeden Fall probiert es aus, die haben nicht mehr alle Größen vorrätig, das ändert sich ziemlich schnell, also versucht das. Ich habe da alle meine Schuhe gekauft und die füllen auch immer wieder auf, also wenn ihr Lust habt, guckt da wirklich mal alle zwei, drei Tage rein. Die füllen natürlich Rückläufer auch immer wieder auf, deswegen ist das wirklich lohnenswert. Normalerweise kosten ja die Ack Bailey Button so um die 230 Euro Originalpreis. Ich habe meine jeweils für 180 gekauft. Noch ein kleiner Tipp, es ist jetzt bald wieder die Glamour Shopping Week im September, Oktober. Ich werde euch da noch ein extra Video drüber machen, ich habe es schon in der letzten Glamour gelesen. Bei der Shopping Week gibt es auch spezielle Rabatte von speziellen Schuhshops. Ich glaube, da ist auch Girtz dabei und verschiedene andere Roland Schuhe. Und teilweise haben die eben auch Ack Boots im Angebot. Ihr könnt da wirklich Euro sparen, ja. Ihr könnt da wirklich viel Geld sparen. Ich habe meine damals statt 230 für 180 gekauft. Die Beigen vor einem Jahr 180 Euro statt 230. Das ist schon wirklich eine Menge Geld gespart und ich schleppe die wirklich wie verrückt. Vor allen Dingen die schwarzen in Classic Toll, die sind ja noch größer und normalerweise kosten die 280 Euro. Ich habe sie für 220 oder 230 bekommen und es ist wirklich eine Investition. Man muss das mal so sehen, wie oft man die trägt und das in Relation gesehen zum Einkaufspreis, das lohnt sich wirklich. Da ist jede Jeans wahrscheinlich noch teurer dagegen. Auf jeden Fall bei der Glamour Shopping Week gibt es also auch die Möglichkeit, günstiger an Ack Boots ranzukommen. Also wie gesagt, kauft bitte nicht auf so Seiten wie akbootsdeutschlandsale.com und sowas. Auch darüber habe ich schon mal Blogposts geschrieben. Das lohnt sich nicht. Ihr werdet keine Freude haben an den Schuhen, denn die Original-Ack Boots haben nun mal wirklich, also hier diese ganzen Nähte, das ist alles mit Lammfell ausgefüttert. Das ist auch echtes Lammfell. Man sieht das hier auch an kleinen Details wie den Hornknöpfen. Das ist sehr, sehr schön gemacht hier und wirklich habt ihr nur Freude dran, wenn ihr da Originale kauft. Ihr habt auch immer hinten das Logo und auch an der Sohle, das ist wirklich alles super sauber verarbeitet. Ihr könnt also da auch genau sehen, so muss die Sohle, oh Entschuldigung, von Original-Ack Boots aussehen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass es Originale sind. Und ja, also bei Amazon könnt ihr die wirklich kaufen. Die sind so, so schön. Und entgegen landläufiger Meinung kann man Akboots natürlich auch im Sommer tragen, was ich natürlich nicht mache, um mir nicht irgendwelche bösen Blicke von Nachbarn, Schwiegermutter etc. einzufangen, die mich dann für total bekloppt halten. Verkneife ich mir das, die im Sommer anzuziehen, obwohl man es könnte. Denn Akboots regulieren das Fußklima ganz, ganz automatisch und natürlich. Denn dadurch, dass es Naturfasern sind, wird auch Feuchtigkeit vom Fuß absorbiert. Und im Winter, ich hatte noch nie so warme Füße wie mit diesen Schuhen, das kann ich euch schwören. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020